GIS, Italiens Carabinieri Elite. Sie werden eingesetzt, wenn die Operationen extrem schwierig und die Lage sehr gefährlich ist. Aufgaben sind Terrorismusbekämpfung, Geiselbefreiung, Schutz hochrangiger Regierungsmitglieder und die Bekämpfung organisierter Kriminalität. Sie sind Mitglied im Atlas-Verbund mit anderen Polizeispezialanheiten Europas. Anfangs wurden sie speziell gegen organisierte Kriminalität auf Sizilien oder Kalabrien eingesetzt. Bei ihrem ersten großen Einsatz 1980 schlugen sie einen Aufstand in einem Hochsicherheitsgefängnis nieder. Der Nachwuchs kommt fast ausschließlich aus dem ersten Carabinieri Fallschirmjäger Regiment. Dies kommt genauso wie sie aus der Toskana und dort müssen sie zwei bis vier Jahre gedient haben. Sie durchlaufen eine mehrmonatige Ausbildung und lernen zum Beispiel Nahkampf. Einsätze waren unter anderem Antika Babylonia im Irak.